Hm. Warum war der Himmel da hinten eigentlich so dunkel? Hat es dafür einen genaueren Grund? Und ich schon wieder ihr. Aber, naja, wenigstens kriege ich dein Geld. Dem anderen jage ich jetzt nicht hinterher, das ist mir egal. Babadam, babadam. Hoch da bitte, hoch da. So. Also irgendwie könnte das Level auch mal zu Ende sein. Das ist so ein Startlevel, so ein typisches. Das ist irgendwie nicht so spannend, finde ich gerade. Ah, das Schiff. Ah, wir sind auf dem Piratenschiff. Wir sind um die ganze Bucht herumgelaufen. Okay, okay. Oh, da bist du ja, du... Wie heißt sie nochmal? Das ist weit genug, Risky. Wo ist die Stampfmaschine? Das geht dir überhaupt nichts an. Viel wichtiger, ihr Leute habt mein Meer benutzt, ohne meine Gebühr zu bezahlen. Und jetzt seid ihr in ziemlich heißem Wasser. Das ist vollkommen dämlich. Der Ozean ist kostenlos für jeden zu genießen. Wer denkst du, dass du bist? Wer ich bin? Ich bin Risky Boots. Die Königin der sieben Seen. Der sieben Meere. Und jeder, der sich mir entgegenstellt, wird von mir flach gedrückt. Gequetscht, zerquetscht, so. Männer. Okay. Klatsch, diese extra hart für Mami oder so. Wörtlich übersetzt. Nein, ich will hier weg. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, jetzt kann ich mich bewegen. Da, was? Okay. Okay. Aua. Bäm. Okay, da ist... So. Wunderbar. Kann ich dich treffen? Nein, kann ich nicht. Hm, kannst du mich treffen? Nein, kannst du nicht. Gut, dann camp ich jetzt mal hier, so ein bisschen. Und warte, bis die Tür wieder aufgeht. Denn ich muss anscheinend dieses Pulverfass hier peitschen mit meinen Haaren. Oh yeah. Tanzen mal zu der coolen Musik. Aua. Okay, das lasse ich besser. Ich bleibe ganz rechts. Aua. Okay. Jetzt geh kaputt. Wow. Wir fliegen runter. Hm. Ich darf mich nur noch einmal treffen lassen. Öh. Okay, ich muss anscheinend nicht ins Wasser springen. Das war schon mal schlecht. Aber ich bin wieder hier und habe volle Leben. Dafür habe ich nur noch zwei Leben, wie ich gerade sehe. Okay, aber das scheint einfach zu sein. Ich muss einfach die hier peitschen, während sie das Pulverfass halten. Und dann gehen sie kaputt. So. Bam. Hm. Rechts sind wie Whack-A-Mole. Einfach draufhauen. Oh, das war schlecht. Egal. Der hat mich ja nicht getroffen. Von daher ist alles in Ordnung. So. Okay, der ist kaputt. Dann müssen wir die anderen beiden auch noch kaputt machen. Okay, der ist auch kaputt. So, du noch. Nein, möchtest du nicht explodieren? Dann. So. Wunderbar. Okay, das versinkt. Und das Schiff explodiert. Ja. Was zum... Ich habe es dir leicht gemacht, dieses Mal. Aber nächstes Mal werde ich Dampfmaschinen betrieben sein. Und unstoppbar. Bleib stehen. Ey, die fahren mit einem kaputten Schiff raus. Was soll der Blödsinn? Ich bin hier irgendwo mitten auf so einem blöden Pfosten im Meer. Toll. Oh, hüpf, hüpf. Wer bist du denn? Ach, der Bürgermeister. Gute Arbeit, Chantay. Toll, ich habe sie entkommen lassen. Du hast auf jeden Fall kurze Arbeit mit ihnen gemacht. Mit diesen Banditen. Einen Town-Genie anzustellen, war auf jeden Fall eine gute Idee. Chantay. Vielleicht ist es Zeit, dass ich ihnen sage, dass ich nur ein Halb-Genie bin. Denn Scuttletown könnte einen richtigen Wächter-Genie wirklich gebrauchen, um sie zu beschützen. Wie könnte ich Dinge nur so komisch, nein, nur so, äh, schief gehen lassen? Hm. Gute Frage. Ah, da ist der, den sie die Dampfmaschine geklaut haben. Chantay, was ist passiert? Wo ist meine Stie... Äh, nein, meine Stie-Maschine, genau. Meine Dampfmaschine. Oh, mir tut mir leid, Mimik. Risky ist mit der Dampfmaschine entkommen. Und nun wird sie sie benutzen, um Scuttletown zu zerstören. Oh, wenn ich nur ein wahrer Genie wäre, dann würde ich dieser Risky ein oder zwei Dinge zeigen. Ja, ich fürchte, es wird mehr als ein, als Genie-Magie nehmen. Äh, nein, es wird mehr als Genie-Magie brauchen dieses Mal. Lasst mich... Ach, das ist, das ist irgendwie blöd, dass man immer nur so ein kleines bisschen Text da im Feld hat. Dann ist es schwer zur Übersetzung. Lass es mich vom Start, von dem Anfang an erklären. Uh, okay. Aha. Es hat alles angefangen das letzte Mal, als ich gegraben habe, wenn ich einen uralten Schatzraum entdeckt habe. Versteckt dort drin war ein Diagramm von einer seltsamen Maschine. Und hier ist, also hier erkläre ich dir, wie dieses Ding funktioniert. Und jetzt erkläre ich dir, wie dieses Ding funktioniert. Aha. Eine Kammer aus Stahl, die mit Wasser gefüllt ist, wird aufgewärmt. Also wird erhitzt. So genau wie es da zu sehen ist. Das Wasser wird Dampf, das dann oben aus der Öffnung rauskommt. Mit genug Druck, um ein Rad anzutreiben. Dampfbetriebene Muskeln. Wie das? Moment. Äh, tut mir leid, ich kann gerade echt irgendwie schlecht übersetzen. Dampfbetriebene Muskeln, wie das, könnten die Welt ändern. Oh ja. Wie wir ja auch mittlerweile wissen, so im echten Leben. Dampffraft hat uns schon ziemlich geholfen. Ich habe die Pläne benutzt, um eine Dampfmaschine zu bauen. Ich war fast fertig, wenn diese, äh, als diese Mist, als dieses Miststück gekommen ist und sie geklaut hat. Hm. Sie wirkte, als wäre sie unterwegs nach Watertown. Also nach was in die Wasserstadt. Vielleicht gibt es immer noch eine Möglichkeit, die Maschine zurückzubekommen. Was? Moment, ich habe jetzt das am Anfang nicht gelesen. Okay. Na, dieses Mädchen. Mach, sei sicher, dass du den Speicherraum besuchst, bevor du die Stadt verlässt. Viel Glück, Shantai. Okay, dann wollen wir das nochmal machen. Wo ist denn dieser Speicherraum, von dem du erzählt hast? Da kann ich nicht hin. Ich muss nach links. Ja, ist klar, weil, logisch. Mimikstock, okay. Bada, ah, das ist cool, cool. Also, das, das, ich dachte gerade, hä, was ist das? Aber ich kann mich hier frei herumbewegen, Gebäude aussuchen. Also, hey, das ist die Warp Squid Hut. Dance Parlor. Kann ich hier tanzen? Nö. Äh, hä. Dann, Scuttle Town Gates, die Tore. Der Itemshop. Der Speicherraum. Oh, ich kann mit denen reden. Du kannst Start drücken, um, ja, bla bla. Okay. Ja, du kannst Start drücken, um halt mit all deinem Kram mal nachzugucken, bla bla. Hm. Mit hier kann ich auch reden. Wusstest du, dass du den Select Button drücken kannst, um den Tanzmodus zu aktivieren? Dann kannst du irgendeinen Knopf drücken, wenn die Note... Okay. Okay, bla bla. Okay, anscheinend, ich kann, äh, wenn ich in den Tanzmodus bin, irgendeine Tasten drücken, wenn eine Note aufleuchtet. Bla, ja, hast du mir gerade erzählt. Und dann mache ich andere Bewegungen und es gibt anscheinend auch Tänze, die magische Fähigkeiten haben. Mal sehen. Ich möchte jetzt in den... Saferraum. Geht's so ein bisschen weg? Du sollst weggehen. Ich möchte da rein. Äh. Start? Nein. Achso, muss ich vielleicht... Ah, ich muss nach vorne drücken. Ich habe die ganze Zeit A gedrückt. Okay, das gibt natürlich Sinn. Speicherraum. Dann wollen wir mal tanzen. Achso, da ist die Note. Da unten, da, wo die Sterne sind. So. Mache ich das. Und das. Und das. Und das. Und das. Ja. Nicht schlecht. Ich bin ein tanzender Genie. Okay, anscheinend... Wow, was zur Hölle? Ah, okay. Moment. Rechts. Links. Hoch. Runter. Nicht schlecht. Okay, dann ist es anscheinend wie in Ocarina of Time. Dass ich irgendwelche hier zwar nicht Musikstücke lerne, aber tänze. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hallo, Shantae. Äh, Shantae. Wird... Würdest du... Moment, ich lese es erstmal selbst und sage euch dann, was gesagt wurde. Weil das jetzt so zu übersetzen, das hat einfach keinen Zweck, weil sich das total scheiße anhört wahrscheinlich. Also, bla bla bla. Mhm. Also, er hat uns jetzt einfach nur gefragt, ob wir unsere Reise speichern möchten. Und ja, das wollen wir. Jawohl. Unser Spiel wurde gespeichert. Dann wollen wir mal weitermachen. Ich möchte noch kurz in den Tanzsalon. Ich werde jetzt hier noch nicht rausgehen, weil... Ja, ich wollte bei 30 Minuten wieder so einen Schnitt machen. Und ich erforsche die Stadt noch ein bisschen. Nein, das ist der... Na gut, dann gehe ich jetzt in den Itemshop. Auch egal. Was haben wir denn hier drin? Hallo. Was hast du für uns? Wir haben 24 Münzen. Was können wir uns da verkaufen? Das kann ich für dich tun. Aha. Ein kleines Small Vial. Achso, Vial 1. Okay, das sind anscheinend ein kleines mittlerisches und ein größtes Fläschchen. Und das stellt ein paar Herzen wieder her. Das stellt einige Herzen wieder her. Und das stellt alle Herzen wieder her. Aber 100. Wir haben gerade mal... Ach, Gems. 24. Okay. Cream. Vanish Cream. Okay, damit können wir uns unsichtbar machen. Mhm. Storm Puffs. Keine Ahnung, was das ist. Ja, ich habe nicht genug Gedelstein. Nein, um das zu kaufen. Pikeballs. Aha. Ja gut, wir haben aber leider nicht genug Geld, oder? Moment. Konnte ich mir irgendwas kaufen? Konnte ich mir das kleine kaufen, vielleicht? Das kleine Fläschchen, um da irgendwie so Zauber zu... Nein, ich kann mir gar nichts kaufen. Okay. Dann gehen wir mal raus. Ja. Wiedersehen. Mach's gut. Ich will den Morgenstern haben. Gib mir den Morgenstern. Oder die Rüstung. Hm. Würde mir die vielleicht stehen, so? Während ich tanze? Ah. Nein. Egal. Ich mach weiter. Und diesmal geh ich wirklich in den Tanzsalon, denn ich möchte gucken, ob wir nicht schon jetzt einen magischen Tanz lernen können. Geh da rein. Los, geh da rein. Oh, hallo. Wer seid ihr denn? Nein, mit dir kann ich nicht reden. Okay, anscheinend nur mit dir. Ah, tut mir leid. Aber die Show ist vorbei. Okay, anscheinend gab es ja irgendwie eine Tanzshow und bis später wiederkommen. Äh, Mistvieh. Miststück. So. Gut, was haben wir noch? Wir haben den Warp Squid Hut. Okay, das klingt interessant. Ich guck's mir einfach mal an. Hallo, wer bist du denn? Hallo, wer bist du denn? Ich gebe dir etwas schönes für deine Probleme. Oh. Okay, anscheinend, sie hat ihre Babys verloren und wir sollen sie wieder finden. Und wenn wir alle vier finden, dann gibt sie uns etwas Schönes. Gut, gut. Dann der zu den Docks. Ich glaub, da kommen wir her, oder? Da ist nichts mehr. Ach, da bist du. Na gut. Reden wir nochmal mit dir. Du musst, du gehst in Watertown und find... Irgendwann, wir sollen nach Watertown gehen und irgendwen finden. Okay, alles klar. Dann war nur noch hier das Badehaus übrig. Da geh ich jetzt auch nochmal rein. Vielleicht finden wir da noch was Schönes. Hallo, wer bist du denn? Schöne Frau. Hi, Shamati. This is the place to revive those aching muscles and soak your worries away. Öh, okay. Ah, ein Dampfbad. Wahrscheinlich hat das hier irgendwie eine Heilwirkung. Das heißt, wenn ich hinkomme und verletzt bin, dann kann ich hier rein und mich heilen. Und dann im Wasser tanzen. Oh yeah. Oh yeah. Hallo? Nein, ach so. Aha. Oh yeah. Oh yeah. Und das. Und weiter. Genau das. Oh ja. Toller Tanz. Naja, egal. Ich geh nochmal in den Speicherraum und Speicher eben. Wobei... Ja, ich mach das eben. Und dann, denke ich, mach ich dann einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns dann später wieder. Dann, glaube ich, mach ich erstmal ein paar Little Big Adventure Teile. Weil ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt von diesem Spiel hier halten soll. Es scheint ganz witzig zu sein. Aber mal sehen. Ja, ja. Ich möchte bitte meine Reisen aufschreiben. Ja, bitte. Okay. Ich hab bespeichert. Wir sehen uns dann irgendwie später wieder. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß hiermit. Und ja, genau. Das solltet ihr jetzt eigentlich nicht sehen. Ähm. Das auch nicht. Okay. Bevor hier noch weiter Mist kommt, sag ich mal. Ciao.